Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Kuhbaby, also Quick-Bet-Mohr. Das zählt natürlich mit zu Bett, Rohr und ja. Wir werden glauben, es gibt ein paar neue Sachen. Ihr könnt euch hier eine Werkgang kaufen und davon bekommen sie sein sollen. Denn, ihr seht hier, was mir zeigt, ich habe keine Ahnung, was sie bedeutet. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Mit den Uhren kann man die Bettzeit verleinern. Ich glaube, dann liebt das Bett einfach mal alleine. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.